Servus liebe Fotofreunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich am Ammersee unterwegs. Am Westufer des Ammersees, genauer gesagt, hier in Warterweil. Ich mache ein paar coole Landschaftsaufnahmen und werde bei dieser Fotosession hier nach unten laufen, Richtung Süden, nach Eidenried. Denn in Eidenried, da ist eigentlich mein Hauptmotiv, da ist ein großer Bootsteg, an dem jetzt hoffentlich Ende November keine Boote mehr angelegt sind. Hier vor mir gehen Schienen runter, schön in den See rein, richtig schön smooth gehen die lang und die werde ich aufnehmen und probiere für diese Aktion auch mal meinen 14mm Weitwinkel aus. Ich habe hier das G-Master, das Ding hier mit der 1,8er Blende, also hochwertiges Objektiv, damit kann man gute Nachtbilder machen, aber auch jetzt bei Tag will ich es einfach mal hernehmen und ausprobieren. So und das ist hier der Spot, hier gehen die Schienen schön rein. Hier habe ich auch mal vor ein paar Monaten ein richtig schönes Sonnenuntergangsbild gemacht, da ging die Sonne da hinten unter. Das ist jetzt hier im Winter nicht mehr der Fall, die wird da hinten untergehen. Ich probiere jetzt die Schienen wieder in meine Bildecken zulaufen zu lassen. Dafür muss ich die Kamera, schätze ich mal, auch ziemlich niedrig positionieren, wenn ich es mit diesem Weitwinkel aufnehmen will. Gehen wir es an. So, die Kamera mal schnell festknallen. Ich möchte noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, um hier einfach die Schienen schön in die Ecke zulaufen lassen zu können. Komisch ist, die Wasserwaage zeigt mir an, dass die Kamera komplett gerade ausgerichtet ist, aber ist sie nicht. Also da kann man sich auch nicht immer zu 100% drauf verlassen. Gut, also machen wir jetzt das Bild. Ich knall mal die Blende zu auf eine 13er sowas und wähle als Belichtungszeit irgendwas, ein Dreißigstel. Machen wir das Bild mit der zwei Sekunden Auslüsselverzögerung, aber halt, stopp. Ich muss erst kurz sagen, was will ich hier anfokussieren. Dann nehme ich vielleicht echt mal die Boje da vorne, die ist 30 Meter weg. Ich fokussiere in die Ferne rein. Sieht für mich gut aus. Passt, ich mache das Bild. Boom. So, Freunde. Jetzt beeile ich mich. Es geht weiter. Ich will noch ein, zwei Spots abchecken. Ja, und gerade mal zehn Minuten Fußweg von da oben hierher habe ich jetzt gebraucht, um zu diesem wunderschönen Ultralangsteg zu kommen. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber hier muss ich doch tatsächlich wieder eine Langzeitbelichtung anfertigen. Das schaut ja so cool aus. Und außerdem sind jetzt ganz kleine Wellen auf dem Wasser zu sehen. Die will ich nicht. Die will ich nicht. Oh, gibt es denn was Schöneres? Aber nach dem Bild muss ich echt Gas geben. Die Sonne, die geht ja echt gleich unter und ich habe noch ein Stückchen. Das ist echt schade, weil so alle paar hundert Meter kommt einfach ein guter Fotospot. Man kann ja dann alles haben. So, und da das 14 Millimeter Objektiv eh schon drauf ist, mache ich jetzt trotzdem einmal mit dem schnellen Bild. Da wird der Steg erfahrungsgemäß noch weiter, noch länger dargestellt werden. Und dann auf 16 Millimeter mit in D-Filter und Verlaufsfilter. Okay. Bei der Geschichte hier ist es für mich zumindest einfach. Ich werde jetzt einfach vorne auf die Stegspitze fokussieren. Ich mache das hier auch mit meinem Fokusfeld, was ich hier schön bewegen kann. Genau, so würde ich das jetzt machen. Ein bisschen schade ist, dass diese Bretter, die die Welt bedeuten, für mich zumindest, die kriege ich nicht wirklich horizontal rein ins Bild. Ein bisschen schief hat der Schreiner hier gehämmert oder genagelt. Aber das macht nichts. Mir kommt es da auf den Horizont drauf an, dass der gerade ist. So mache ich jetzt das Bild. Hier auf 14 Millimeter mal. Und bei diesem Weitwinkel spitzelt mir die Sonne, da ist wieder volles Programm ins Bild rein. Das will ich eigentlich gar nicht. Ist aber so. Wenn ich weiter vorgehe, macht es auch keinen Unterschied. Hier vorne hat mir das Bild schon deutlich besser gefallen mit diesem Weitwinkel, weil ich da einfach nicht so viel von diesem Schild mit drauf bekommen habe. So, jetzt wechsle ich schnell Objektive. Das 16 bis 35 werde ich draufschrauben. Und jetzt auf 16 Millimeter das Bild machen, aber mit ND-Filter und Verlaufsfilter. That's the plan. Vielleicht merkt ihr mir das nicht an, aber ich habe jetzt schon leichte Hektik, weil ich sehe jetzt wirklich wieder, wie schnell die Sonne tatsächlich untergeht. Ich habe mir den Spaziergang etwas idyllischer vorgestellt. Aber das ist jetzt auch so ein Thema. Ich bin froh, dass ich mich mit meinem Equipment ganz gut auskenne. Dass es mir vertraut ist, da brauche ich jetzt nicht allzu viel Zeit für so ein Foto, um den Filteradapter hier, der Nisi V6, anzubringen und den D-Filter reinzuspannen. So, die Schraube war locker. Alles fest. Gut, schnell den ND-Filter, den packe ich ganz, ganz vorne nah ans Objektiv rein. Den ersten Einschub. Machen wir die Kiste mal an. Okay, also. Dann muss ich jetzt entsprechend super, super lang belichten. Was ich auch unbedingt will. Oh, das schaut schon. Also das ist echt, ah. Das Bild kommt viel weicher und besser daher. Ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber ich finde es einfach schon mal viel, viel geiler so. Also ich bin und bleibe ein Fan von der Langzeitbelichtung. Nehme euch hier nochmal kurz mit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum steht mein Objektiv so weit oben, warum habe ich es komplett hochgefahren? Das hat jetzt den Grund, wenn ich jetzt von oben nach unten leicht fotografiere, so ganz leicht, dann taucht der Steg schön in den See ein. Und der hebt sich dann eben schöner ab von dem Wasser, weil sonst würde er genau auf dem Horizont liegen und dann sehe ich keinen Unterschied zwischen Seeoberfläche und den Bäumen da hinten am Ufer. Der Verlaufsfilter hier, ihr könnt es gut erkennen. Dunkelt mir den Himmel super schön ab. Den spanne ich vor dem MD-Filter, beurteile das Bild jetzt so. Jetzt sehe ich doch tatsächlich da oben im Himmel schon ein paar Wolkenstrukturen. Der Verlaufsfilter bildet auch eine kleine Vignette, das muss man auch wissen. Aber es ist nicht störend, sieht eigentlich eher ganz geil aus. Machen wir das Bild mal zehn Sekunden lang. Jetzt darf ich hier nur auf dem Steg mich nicht bewegen, sonst jede Erschütterung macht ein Bild einfach kaputt. Also es ist echt schwer beim Sonnenuntergang das Bild korrekt beurteilen zu können. Ich finde es echt schwer. Aber der Steg hier sieht so clean aus, so schön. Ich war hier auf circa 25 Millimeter. Mal schauen, wie die Kiste hier aussieht. Auf 16 Millimeter. Wahrscheinlich ähnlich. Ich mache das Bild nochmal auf sechs Sekunden, Blende 11. Und dann muss ich mich so sehr beeilen, da zum Steg vorzurennen. Echt schön. Also in dem Bild hier ist keine Ablenkung zu sehen. Es ist echt minimalistisch eigentlich. Und wunderschön. Ruhig ist es auch, bis auf mich. Ich plapper hier die ganze Zeit, um euch hier so ein bisschen zu unterhalten. Oder auf den Sack zu gehen. Aber nichts für ungut. Und ich packe jetzt zusammen und werde jetzt keine weiteren Fotospots mehr hier am Ufer abchecken. Ich muss jetzt einfach zurennen. Bis gleich. Am Steg in Altenried. Ja Leute, ich habe es zu meinem Steg geschafft. Und es ist tatsächlich so, dass kein einziges Boot angelegt ist. Das ist eigentlich perfekt für eine Langzeitbelichtung. Bis auf eine Kleinigkeit. Vorne an der Stegspitze sitzen zwei Personen. Und da kommt noch ein zweiter und ein dritter Fotograf. Also wird anspruchsvoll, jetzt hier ein cooles Bild zu machen, glaube ich. Aber ich habe richtig Bock drauf. So. Zehn Minuten Zeit habe ich noch. Dann geht die Sonne unter. Let's go Leute. Das wird was. Ja also, was man hier super gut erkennen kann, ist diese Symmetrie von den Fällen, die im Wasser stehen. Und das wird einfach ein tolles Sonnenuntergangsbild. Bin mir sicher. Habe jetzt Bock drauf. Das Ganze auch wieder mit einer Langzeitbelichtung. Das baue ich auf. Wenige Minuten bleiben hier noch. So, jetzt hier wieder die gleichen Nummern. Und jetzt arbeite ich auch mit dem Polfilter. Das hatte ich vorhin vergessen. Ich habe hier diese Drehrädchen. Und jetzt könnt ihr sehen, von Weiß wird der See schön dunkel. Einigermaßen zumindest. So lasse ich den. Genau. Sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Jetzt kommt aber noch der Verlaufsfilter zum Einsatz. Fokussiert habe ich wieder auf die Stehenspitze. Ich habe jetzt natürlich die Hoffnung, dass die Menschen sich dann nicht großartig bewegen da vorne. Aber die sind eh so weit weg. Von daher ist das echt gut. Und gleich taucht die Sonne hinter den Bergen unter. Und da habe ich halt jetzt echt die Hoffnung, dass ich einen rot gefärbten Himmel bekomme. So, rein aus der Neugier heraus. Versuche jetzt mal auf einer 22er Blende das Bild zu machen. Und belichte da jetzt auch mal gut 30 Sekunden lang. Das geht noch ohne Funkfernauslöser. Darf mich, wie gesagt, jetzt hier nicht bewegen auf diesem schiefen Steg. Der Steg kippt auch tatsächlich so ein bisschen nach rechts weg. Das ist ein bisschen schade. Aber solange der Horizont gut ausgerichtet ist, passt es. Hinten sehe ich schon die leichte rötliche Färbung am Himmel. Also das wirbt richtig, richtig gut. Ein paar Wolken sind auch zu sehen. Könnt ihr ganz kurz warten, acht Sekunden? Und nicht bewegen, weil wenn es, wisst ihr, der Steg erschüttert dann. Und dann, wupp, ganz kurz, acht, zehn Sekunden wird es dauern. Echt, gibst du mir 20? Okay, dann gehen wir auf 20. 20, warte. 20 Sekunden, die Zeit läuft. Je länger man belichtet, umso glatter wird dann einfach das Wasser. Und das schaut halt ein bisschen verträumt aus. Darauf muss ich ja nur nicht bewegen, ne? Bamm, okay, durch. Passt, danke. So, jetzt ist es so, jetzt sind einige Menschen nach vorne gelaufen. Die machen mir jetzt natürlich mal eine schöne Langzeitbelichtung kaputt. Und deswegen bin ich jetzt wieder umgeswitcht auf 14 Millimeter. Will ich eben nur ganz, ganz kurz. Und 14 Millimeter deswegen, dass man die Leute da vorne kaum noch sieht. Ja, die sind ultra weit weg. Aber diese Stimmung auf diesem Ultralangstieg ist einfach schön. Ich kann die Leute tatsächlich auch verstehen, dass sie nach vorne laufen und einfach abchillen. So, die Sonne ist jetzt untergegangen. Das ist eigentlich das allerschönste Licht da, weil da links im Eck habe ich diese rötliche Färbung im Himmel. Und das ist einfach unglaublich schön. Besser geht's gerade nicht für mich hier. Das ist echt top. Und so ein Foto funktioniert wirklich nicht aus der Hand. Also, ich nehme da immer ein Stativ her, weil ich da einfach Ruhe reinkriege in die ganze Nummer. Im Video sieht man das jetzt nicht so richtig, aber das Wasser verfärbt sich in goldene Farbe. Vielleicht, wenn ich jetzt hier die ISO ein bisschen drunter nehme, können wir jetzt vielleicht erahnen, wie das Wasser aussieht. Also, es ist richtig golden. Total schön. So, ich habe jetzt den Mittelpunkt des Steges aufgegeben, aber habe auch hier eine recht schöne Bildkomposition gefunden. Die hat mir diese zulaufenden Linien. Also, kann auch was. Bild mal jetzt auch auf einer 16er Blende, ISO 100. So was von einer halben Sekunde Belichtung. Jetzt werde ich auch nochmal rüber gehen, auf die andere Seite da auch nochmal ein Foto machen, dann sieht das hier ganz gut aus. Auch hier, das wäre jetzt auch mal eine gewagte Perspektive, das Tor mit drauf zu bekommen und diese Falllinie, die da steht. So, jetzt sind aber hier noch zwei andere Fotografen am Ufer. Mal schauen, wie viel Kohle die wollen, dass ich mich damit einreihen darf. Ich habe es gewusst, ich habe es gewusst, ihr wollt Kohle haben. Ich habe es gewusst. So, jetzt sind die letzten Leute gerade vom Steg runter. Jetzt probiere ich das Bild nochmal ohne Menschen. Ich arbeite jetzt mit dem Funkfernauslöser, weil ich länger als 30 Sekunden lang belichten möchte. Habe auch immer noch den ND-Filter drin. Jetzt komme ich mit meinem Autofokus nicht mehr klar, jetzt muss ich manuell fokussieren. Da suche ich mir jetzt vorne an der Stegspitze diese Stange aus. Zoom ich jetzt schön ran mit der C2-Taste. Ich habe diese Technik in diesem Video schon mal erklärt. Könnt ihr auch mal kurz reingucken, wie ich es da mache, wie ich ran zoome. Aber wie gesagt, diese Displaylupe oder Fokuslupe habe ich mir auf C2 gelegt. Da gehe ich jetzt ganz nah ran und fokussiere vorne am Objektiv so, dass die Stegspitze richtig schön scharf kommt. So, warum mache ich jetzt so eine Langzeitbelichtung im Dunkeln? Ich hoffe mir einfach noch mehr, diese Rothöne dadurch herausarbeiten zu können. Und eine Langzeitbelichtung funktioniert jetzt auch nur im Balb-Modus. Das heißt, ich bin jetzt hier auf 30 Sekunden Belichtungszeit. Ich drehe jetzt meine Belichtung einfach noch mal eins höher und da steht jetzt hier schon Balb in meinem Kameradisplay. Jetzt werde ich so circa eineinhalb Minuten belichten. Pi mal Daumen. Das sind jetzt einfach so Erfahrungswerte. Ich fotografiere auch im RAW-Modus. Das bedeutet, wenn ich hier leicht überbelichte oder unterbelichte, kann ich das immer noch in Lightroom gut korrigieren. Aber so eineinhalb Minuten jetzt mit meinem ND-Filter, bei der Lichtsituation komme ich ganz gut klar. Schau mal da hinten, die Zugspitze ist sie wahrscheinlich, oder? Die schaut so schön aus. So schön rot. Und stop it. Wow. Damn. So schön. Musik So Leute, und mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat das eine oder andere Bild gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gut getan, draußen zu sein. Bye, bye, ciao, euer Sidi. Musik